Für eine bunte, große Mahnwache Die Friedensbewegung ist und war nie homogen. Es gibt religiöse Menschen, seien sie Juden, Christen oder Moslems, Spirituelle oder Atheisten. Es gibt politische Menschen, seien es progressive oder konservative, kapitalistisch-kritische Linke oder pro-kapitalistische Liberale oder wertkonservative Rechte. Bei letzteren gilt Vorsicht. Nazis nennen sich gern euphemistisch Rechte. Wenn also insbesondere von Rechten gesprochen wird, so muss klar sein, dass wir Intoleranz nicht dulden können und dürfen, da Rassismus Menschen voneinander ausschließt. Wir brauchen eine bunte, vielfältige und vielschichtige Friedensbewegung. Wir brauchen einen Ja-Markt der Ideen, wo diskutiert und gestritten wird, aber mit Respekt und Achtung vor dem anderen Menschen. Wo man nach einer hitzigen Diskussion miteinander ein Bier trinken geht oder einen Tee, wenn man keinen Alkohol trinkt. Ein See, der zu klar ist, hat keine Fische. Eine Monokultur ist in der Natur nicht lebensfähig. Inzucht führt zu Degeneration. Wir brauchen Vielfältigkeit. Das bedeutet auch, mit Leuten zusammenzuarbeiten, deren Kultur oder politischer Hintergrund man erst einmal nicht verstehen will. Harmonie entsteht nicht nur im In-sich-Gehen. Sie entsteht auch in der Kontroverse. Man stellt fest, was einen trennt. Man stellt aber auch fest, was einen verbindet. Wenn ich mit anderen zusammenstehe und für eine Sache streite, zum Beispiel in einer Streikkette gegen Hungerlöhne, so kann es sein, dass ein Mitstreiter oder eine Mitstreiterin etwas Frauenfeindliches oder Männerfeindliches oder Rassistisches sagt. So zu tun, als habe man nichts gehört. Wir kämpfen ja eh alle Seite an Seite. Das nennt man Opportunismus. Wie bei einem Messi, der sich irgendwann in seiner Wohnung nicht mehr bewegen kann, weil er nicht den Müll herausbringt, so sammelt sich Unausgesprochenes an. Und die, die diesen Müll geäußert haben, werden ermutigt. Das heißt nicht, dass man sie als Menschen nicht mehr gelten lässt. Doch es bedeutet, dass man einander korrigiert. Wegzugehen, weil man eben nicht einer Meinung ist, dem anderen zu Recht auch das Gesagte übel nimmt, ist dann Sektierertum. Du rassistisches Schwein, mit dir kann ich nicht gemeinsam streiken. Das wäre so eine Reaktion. Wir alle haben geniale und schwachsinnige Charaktereigenschaften. In der Diskussion, und wenn es sein muss, auch einmal im Streit, können wir uns gegenseitig korrigieren. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir Nazis oder Rassisten, die uns als Bühne für ihre Propaganda missbrauchen wollen, ein Podium geben dürfen. Diese Leute wollen auch keine vielfältige Bewegung. Sie wollen die Monokultur. Es wird von der neuen Friedensbewegung oft gesagt, wir sind weder rechts noch links. Tatsache ist jedoch, dass wir als Menschen bestehen, die vielfältige Ideen mitbringen. Was nicht sein darf, ist, dass eine Richtung, wie sehr sie auch im Recht zu sein glaubt, die Friedensbewegung dominiert und damit erwürgt. Wenn jemand, der Menschen heilen will und ihren inneren Frieden wiederherstellen möchte, zu viel Macht bekommt und Andersdenkende wie zum Beispiel einen UFO-Enthusiasten, der Flugblätter verteilt, als von der Security als störend verscheuchen lässt, so erwürgt das die Lebendigkeit der Mahnwache. Nein, wir müssen nicht mit Andersdenkenden in allem oder vielen einer Meinung sein. Doch es ist der Jahrmarkt der Ideen, der uns befruchtet. Auch ein Schmetterling hat mindestens zwei Flügel. Und wenn wir nicht eine Raupe bleiben wollen, so müssen wir auch erst einmal ein bisschen spinnen dürfen, bevor wir uns verpuppen. Eine Vision oder Spinnerei wäre es nun, mit den vorhandenen Flyern eine bessere Sichtbarkeit der Friedensbewegung zu erreichen, um andere Gruppen zu ermutigen. Dafür würde ich vorschlagen, dass wir Gruppen zu drei Personen bilden und mit Wassereimchen und Schwämpchen diese Flyer verkleben. Die bessere Wahrnehmung der Friedensbewegung wird hilfreich sein, wenn wir zusammen mit anderen Gruppen zur ersten Wiener Friedenskoordination einladen. Ob es christliche Gruppen, wie zum Beispiel auch die russisch-orthodoxe Gemeinde, muslimische Gruppen und vertriebenen Verbände der Palästinenser, Mitglieder anderer humanistisch engagierten Gruppen, wie zum Beispiel die Zeitgeistbewegung oder rechte Bewegungen, wie die Libertarians, beziehungsweise die Anarchokapitalisten sind, oder linke Gruppen aus dem Amalim-Haus, sei es zum Beispiel die Woman in Black oder Trotzkisten. Wir sind alles Menschen. Und wir alle wären von einer weiteren Eskalation alle betroffen. Niemand von uns würde einen Atomkrieg überleben und im Nachhinein wären unsere Differenzen lächerlich. Wir brauchen keine Homogenität und Monokultur. Wir brauchen das ganze Spektrum engagierter Menschen, den Ja-Markt der Ideen, eine multiethnische Volksbewegung gegen den Massmord der Kriegstreiber. Noch einmal zurück zum Schmetterling. Die Raupe muss erst einmal tausende von Blättern fressen. Aus ihnen gewinnt sie ihre Energie, um sich in einen Schmetterling verpuppen zu können. Auch die Bewegung der Friedensmahnwachen muss erst einmal durch die Phase und tausende von Blättern in Form von Aufklebern, Plakaten und Flugblättern verteilen bzw. verkleben und genug Leute damit erreichen, um sich in eine wirklich wahrnehmbare Bewegung zu transformieren. Das nennt man Mobilisierung.